Willkommen auf EntorTV, ich bin der Leon Petzold und neben mir ist es der Luca Schäfer und heute testen wir ein Spiel namens Aces of the Luftwaffe. Der Titel mag vielleicht ein bisschen verwundern, allerdings ist das Spiel doch gar nicht so schlecht, wie es klingt. Das klingt doch irgendwie komisch, oder? Deutsch? Ja, es ist auf der Luftwaffe. Lass doch mal einfach mit der Schlacht um England beginnen. Schlacht um England, Mission 1. Das Spiel ist in verschiedene Welten bzw. Schlachten und dann in verschiedene Unterlevel unterteilt. Und jetzt kommt hier gerade ein Commander, was, da kommen schon wieder total schlimme Luftschiffe, Flugzeuge und die greifen wieder an und du musst da schnell hin. Und der Typ, den wir hier spielen, der sagt ja so, was, okay, ich gehe sofort da hin und mache die alle kaputt. Eben schnell zusammengefasst. Und das werden wir jetzt auch tun. Wir müssen nämlich hier dieses Flugzeug einfach mit dem Finger von links nach rechts steuern. Ziemlich einfach eigentlich. Und müssen damit die Flugzeuge abschießen. Das Spielprinzip ist zwar relativ einfach und die Grafik auch, allerdings macht es doch jede Menge Spaß. Und ja, man kommt schnell rein in das Spiel und ja, durch relativ viele Level, sag ich mal, für ein kostenloses Game wie dieses, ist der Spiel des Spaß auch garantiert, äh, garantiert, garantiert, garantiert. Ja, egal. Sobald ich dann auch gleich wieder tot bin. Ja, das mag sein, dass du gleich wieder tot bist, aber das hat ja nichts für die Qualität des Spiels zu sagen, weil schlecht bist du in jedem Spiel. Äh, nee, das stimmt gar nicht. Wir können übrigens durchaus, also manche Flugzeuge, wenn wir die abschießen lassen, irgendwelche Fallschirme fallen oder dann irgendwie Maschinengewehr rauskriegen oder hier eine Flugzeugreparatur oder halt eben hier, dass wir jetzt zwei Weihflugzeuge haben, jetzt ist eins weg, aber okay, jetzt ist das andere auch weg. Dann lassen die halt solche goldenen Trophäen fallen, die als Wehre, die halt hier in dem Spiel die Währung darstellen und mit der können wir dann halt unser Flugzeug upgraden oder auch nicht. Das sind Medaillen und damit können wir dann auch später die nächsten Schlachten freischalten. Das heißt, die Dinger sind ziemlich wichtig, natürlich kann man die Teile auch für echtes Geld kaufen, das wollen wir aber nicht, das muss man auch nicht unbedingt machen. Dann spielt man halt die Welt zweimal, um die nächste Welt freizuschalten. Jetzt können wir unten auf Push drücken, auf Superpower, die kriegen wir, wenn wir genug Flugzeuge abgeschossen haben. Bisschen lauter. Und jetzt haben wir verloren und gut, aber wenn wir auf Push drücken, dann kommt halt so ein Schwarm Flugzeuge, die dann die anderen kaputtbomben auf dem Screen. Aber jetzt haben wir schon wieder verloren. Wir könnten uns jetzt 400 ein extra Leben kaufen, aber so viel Geld haben wir überhaupt gar nicht. Das Spiel kommt übrigens vom Top-Entwickler Handy Games und dieser hat noch weitere lustige Spielchen, wie zum Beispiel die ganzen Glory 2. Oder einfach ganzen Glory. Oder halt mehr so Kriegs-Point-and-Click. Ist das ein Point-and-Click? Ja, schon so ein bisschen, oder? Ja, schon eher. Ja, so Kriegskram und halt allen möglichen Kram. Ist eine ziemlich coole Glitche eigentlich, weil die alles möglich haben. Ja. So ziemlich viele Sachen. Sehr viele Sachen, stelle ich gerade fest. Bisschen sehr viele. Egal, auf jeden Fall, das Spiel hier ist kostenlos, wird halt durch In-App-Kram bezahlt, finanziert. Und, ähm, ja, könnt ihr euch runterladen. Hat knapp 47 MB, glaube ich. Jetzt spinnt hier gerade mein Playstore. Ja, ja, nee, doch so. Jetzt auf geht's. Also mein Playstore sagt mir hier gerade, dass man, ähm, 29,59 MB nur runterladen muss. Und, ja, wir testen die Version 1.0.9 vom 9.08.2013. Das Spiel läuft, lief bisher bugfrei bei uns. Ähm, und, ja, ist noch nicht abgestürzt. Es sei denn, man versucht es mit Screencast aufzunehmen. Genau, wenn man das per Screencast aufnimmt, funktioniert das leider nicht. Aber das geht es ja bei den meisten Spielen leider so. Ähm, deswegen nehmen wir es ja immer noch über ein TV und dann Kamera auf und so. Ja. Ähm, das Spiel wird übrigens angeteasert mit Du musst zeigen, aus welchem Holz du geschnitten wirst. Denn der Krieg um Europa ist in vollem Gang. Bekämpfe die Geschwader der, äh, Achsenmächte. Bis du auf die besten Piloten des Reiches trifft. Die Asse der Luftwaffe. Die Story. Es ist die dunkelste Stunde Englands. Die Achsenmächte schicken die besten Flieger in die Luftschlacht um Britannien. Und es sind nur noch eine Handvoll Piloten übrig, um sie aufzuhalten. Ran an den Steuerknoppel und lass den Abzug erst wieder los, wenn auch der letzte Gegner in Stücken vom Himmel fällt. Wirst du die Okkul... Die, äh, ich bin schon wieder verrutscht, das ist hier weg. So. Wirst du die okkulten Pläne der Luftwaffe durchkreuzen, um England vor der Finsternis zu bewahren? Ja, wir werden das Lukas allerdings nicht, sondern eher ich später wieder... Sind die Entwickler übrigens Engländer? Oder warum geht's um das England? Weiß ich nicht ganz. Dadurch, dass sie mir eine Pressemeldung auf Englisch zugeschickt haben, nehme ich das an, ja. Könnte man vermuten. Schon mehr verloren in Level 2 übrigens immer noch. Ja, egal. Man sieht hier halt die ganzen, äh, verschiedenen, ähm... Geh nochmal zurück. Zurück. Man sieht hier halt die drei Schlachten, die es freizuschalten gilt. Und die zweite Schlacht zum Beispiel, äh, kostet jetzt 300, äh, von diesen Medaillen. Und die dritte 750. Bald werden noch mehr Folgen, da werden wir mal schauen. Äh, auf jeden Fall. Wie gesagt, wir kosten so, das ist eigentlich ein geiles Spiel für zwischendurch. Und schaut's euch mal an. Äh, bis dahin würde ich sagen, bis zum nächsten Spiel. Hier auf Android News und TV. Bye! Bis zum nächsten Mal.